Das ist kein Problem. Da kann man sich hinterher auch anfangen und direkt wieder füllen lassen. Hier ist das jetzt schon eher ein Problem. Ich muss hier anfangen, die Räser auch zu bauen. Das ist natürlich eben an der Herd. Der Turm ist eigentlich kleiner, als er hier war. Ja, ich glaube. Also ich wollte gerade sagen. Reicht das nicht? Scheiße. Ja, genau. Das sind jetzt die Kleineren von den beiden. Wir haben die nochmal doppelt so groß. Aber hier muss man jetzt auch aufpassen. Das muss ja der Verletzte doch unter die Falle zu passen. Ja, nimm das weg. Ja, jetzt schieb erst das. Bist du Fuß? Ja, nachher gehen. Ja, jetzt das andere. Weiter ran. Achso, das kommt dann. Das Mädchen kommt hier jetzt gleich raus. Genau, das Mädchen kommt hier raus. Komm, komm. Aber es kommt schon. Okay, was kannst du dann aufmachen? Und die wird erst noch schnutzig. Von der Palette ist jetzt nicht ein Röntgen, bis das in den Hebelkissen bleibt. Das ist ja auch mit den Füßen, die bleiben jetzt an den Hölzern. Dann müssen wir die drunter für greifen. Und du musst jedes Mal den Verband auch jetzt beim Wettkampf nächste Woche? So sieht das aus. Nein, nein, ich verstehe. Also ich glaube, großartig wird es nicht mehr. Nein, 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 nein. Wollen Sie sich das Wort bereit schaffen? Ja, wollen Sie eigentlich. Ich weiß nicht, ob Sie mitbekommen haben, dass wir seit Anfang des Jahres eine Mini-Gruppe haben, genau. Die ganz Kleinen stehen hier vorne. Da wollte ich mich bewerben. Ich habe auch schon die grüne Bewerbungskarte ASF geschickt. Aber ich schicke hier, dass da eine Diskussion mit der Vorauswahl ist und ein politischer Allgemeinderecht. So ist es. Das heißt also, du wirst dann eingeladen von der Austauschorganisation. Wir sind jetzt in Hamburg, aber ich glaube, die Auswahlgespräche werden in Hagen oder Umgebung sein. Bitte kurz an, noch mal ganz recht. Wir sind Tagesschau oder Deutsche Journal. Das sind die seriöse Sachen. Also, ich würde für den Raum haben. Wie gesagt, du musst die Vorrunde verstellen. Wie viele Werkebänder? Das erfahre ich gar nicht. Das könnte mal 30 sein. Das ist am 6. September. Nach Mengen auf die Wilhelmshöhe. Da ist nämlich eine Lorekraft. Seid ihr ja frei? Nur Umweichung. Das war so meine. Ja, kurz. Wir müssen weiter auf das ganze Ganze. Und deshalb besuchen wir euch auch regelmäßig. Und ja, also nächsten Sonntag ganz schwerer Daumen drücken. Und das ist uns wieder dabei. Alle gefahren mit. Und die sind dann unser Fettenschuss und unterstützen uns. Und freuen uns richtig an uns. Super. Immer. Und ja, sie sagen mir Bescheid, dass es ausgegangen ist. Auf jeden Fall. Wunderbar. Erste E-Mail. Genau. Also, viel Spaß heute noch. Und bis demnächst. Dankeschön. Und wir sehen uns auch hier. Genau. Am 20. zum Jubiläum. Genau. Das ist ja klar. Das ist ja klar. Genau, das ist ja klar. Genau. Vielen Dank. vào las z. In der Monaten einem Training Zeitung구요. Sehr gerne. Spannungsministerium. Jetzt Freunde Kins.